Johnny, du besorgst als erstes einen Wagen für Mrs. Nesbitt, sagte Mom. Bleibt ganz ruhig und denkt daran, dass ihr Bargeld habt. Was anderes nehmen sie nicht. Damit sind wir echt im Vorteil. Beallt euch, überlegt euch nicht lange. Wenn ihr euch zwischen zwei Sachen nicht entscheiden könnt, nehmt beide. Packt die Einkaufswagen so voll, wie es nur geht. Wenn es Probleme gibt, geht ihr zum Auto. Versucht erst gar nicht, einen von uns im Laden zu finden. Alles klar? Seid ihr bereit? Wir sagten alle ja. Johnny machte ein Gesicht, als sei es ihm ernst damit. Mom fand eine Lücke im hinteren Teil des Parkplatzes und in der Nähe standen zwei Einkaufswagen. Wir sprangen aus dem Auto und schnappten sie uns. Mrs. Nesbitt und ich nahmen jede einen und gingen zusammen rein. Der Supermarkt erinnerte mich an den Gang in der Schule heute Morgen und vielleicht machte mir deshalb die Stimmung da drin nicht halb so viel Angst, wie sie es normalerweise getan hätte. Sollten die Leute doch schreien und weinen und sich prügeln. Ich pflügte stur zwischen ihnen durch und stürmte zum Dosengemüse. Mir fiel ein, dass ich die Kisten im Auto vergessen hatte. Daran war jetzt nichts mehr zu ändern. Ich konnte nur so viele Dosen wie möglich auf die untere Ablage stellen und das Bestaufen. Ohne diese furchtbare Angst im Bauch hätte der Einkauf richtig Spaß machen können, wie in einer dieser Spielshows, wo man fünf Minuten im Supermarkt gewinnen kann, nur, dass es hier noch hundert andere Gewinner gab und wir alle gleichzeitig drin waren. Ich hatte nicht viel Zeit, um mich umzusehen, aber die meisten Leute schienen eher Fleisch und Frischwaren zu kaufen, sodass sich das Gerangel um die Dosenmöhren in Grenzen hielt. Bei den Suppen hatte ich sogar richtig Glück. Campbell war viel beliebter als Progresso, was mir sehr entgegenkam. Als der Wagen bis oben hin voll war, schob ich ihn zu den Kassenschlangen, um festzustellen, dass die Leute den verängstigten Kassiererinnen ihr Bargeld einfach in den Schoß warfen. Ich holte zwei Fünfziger raus und warf sie in dieselbe Richtung wie alle anderen. Offenbar niemand mehr seinen Einkauf in Tüten verstaute, schob ich den Wagen heraus und bahnte mir einen Weg zurück zum Auto. Der Regen war stärker geworden und das Unwetter schien wieder näher gekommen zu sein. Es war nicht so schlimm wie heute Morgen, aber mir reichte es. Zu Glück wartete Mrs. Nesbitt schon im Auto auf mich. Wir warfen die Konserven einfach in den Kofferraum. Die Gläser stellten mir etwas vorsichtiger rein. Mrs. Nesbitt grinste mich an. »Mein Leben habe ich mich gut benommen«, sagte sie. »Jetzt darf ich die Leute endlich mal auch mal rumschubsen, ohne mich zu entschuldigen. Sie haben es ja faustdicke hinter den Ohren«, sagte ich. »Startklar zur zweiten Runde?«, fragte sie. Ich nickte, und wir bahnten uns einen Weg in den Laden zurück. Aber vorher kam noch ein Typ an und wollte Mrs. Nesbitt den Wagen klauen. »Gib schon her«, schrie er, »den brauch ich!« »Hol dir selber einen«, schrie Mrs. Nesbitt zurück. »Wir sind im Krieg, Mann!« Ich befürchtete, der Mann dachte genau dasselbe, und da mir nichts Besseres einfiel, rammte ich ihm meinen Einkaufswagen ins Kreuz, was ihn ziemlich überraschte und Mrs. Nesbitt genug Zeit verschaffte, sich aus dem Staub zu machen. Ich rannte ihr nach, ohne mich noch einmal umzusehen. Verglichen mit dem Kampfgetümmel auf dem Parkplatz wirkte der Supermarkt beinahe friedlich. Ich ging zu den Gesundheits- und Kosmetikartikeln und stellte fest, dass hier kaum jemand war. Anscheinend war der Rest der Welt noch nicht darauf gekommen, dass wir alle Vitamin D brauchen würden. Das Schönste am Plündern der Arzneiabteilung war der Gedanke, dass ich Waren im Wert von weit mehr als 100 Dollar bekommen würde. Ich lud den Wagen voll, bis er fast überquoll, machte noch einen Zwischenstopp bei den Konserven und ging dann zu den Süßwaren rüber, wo ich die untere Ablage des Einkaufswagens mit Kekspackungen vollstappelte. Ich dachte sogar an die Feigenkekse, die Mom so gern mag. Diesmal traf ich Mom am Auto, die gerade dabei war, ihren Einkauf einzuladen. Sie hatte so viel Thunfisch, Lachs und Sardinen gekauft, dass es für zwei ganze Leben reichen würde. Hinten im Van sah es jetzt genauso chaotisch aus wie im Supermarkt, weil wir nichts in Tüten verpackt hatten. Mom gab sich große Mühe beim Einladen, aber trotzdem fiel ständig etwas heraus, so dass ich die ganze Zeit, während Mom einlud, damit beschäftigt war, die Sachen wieder vom Boden aufzuheben. Ein Mann kam auf uns zu. Er hatte einen Einkaufswagen dabei, schien aber trotzdem völlig verzweifelt. Sie müssen mir helfen, sagte er. Bitte! Sie haben doch einen Wagen, sagte Mom. Eine von Ihnen muss mit mir kommen, sagte er. Meine Frau ist im siebten Monat schwanger und wir haben schon ein zweijähriges Kind und ich brauche Windeln und Babynahrung und weiß Gott noch alles. Bitte kommen Sie mit, damit ich noch einen zweiten Wagen habe. Ich flehe Sie an, meiner Frau und meinen Kindern zuliebe. Mom und ich starrten ihn an. Er sah aus wie Ende 20 und es wirkte aufrichtig. Miranda, du gehst in den Laden zurück und entscheidest nach eigenem Gutdünken, was wir noch brauchen, sagte Mom. Ich begleite diesen Mann. Wir stopften die letzten Sachen in den Kofferraum und gingen zu dritt wieder rein. Ich war froh, beim Reingehen einen Blick auf Mrs. Nesbitt zu erhaschen. Sie stand vor den Feinkostregalen. Wahrscheinlich dachte sie, dass man die Sache genauso gut stilvoll angehen konnte. Dann entdeckte ich Johnny, der das ganze Wasser eingeladen hatte. Ihm machte die Sache offensichtlich Spaß. Ich ging zu den Fruchtsäften rüber und nahm nur welche in den Kartons. Ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwann mal Saft aus Kartons trinken würden, aber Flaschen waren einfach zu unhandlich. Ich holte noch ein paar Liter von dieser ewig haltbaren Milch. Inzwischen waren die meisten Regale so gut wie leer und die Leute fingen an, sich um die letzten Sachen zu streiten. Eier lagen zerbrochen auf dem Boden und überall war irgendetwas verschüttet, sodass man aufpassen musste, wohin man trat. Im Wagen war noch ein bisschen Platz, also ging ich zu den Knabbersachen und packte ein paar Tüten Brezeln ein. Dann entdeckte ich die Nüsse und warf auch davon noch einige Packungen dazu. Bei den Backwaren sah es schon ziemlich leergefegt aus, deshalb stopfte ich Salz und Zucker in die letzten Lücken und aus lauter Übermut auch eine Tüte Chocolate Chips. Ich warf der Kassiererin meine 50-Dollar-Scheine hin und ging zum Auto. Auf dem Parkplatz wurde es immer brenzlicher und es regneten immer noch in Strömen. Johnny war schon im Auto, aber als Mom auftauchte, sagte sie, Wir sollten noch einmal reingehen und alles mitnehmen, was wir noch finden konnte. Viel war nicht mehr da, aber ich packte den Wagen noch einmal mit Limabohnen und Rosenkohl und anderen Weltuntergangsdelikatessen voll. Als endlich wieder alle im Auto saßen, verboten Mom uns so lange da sprechen, bis sie den Van vom Parkplatz herunter manövriert hatte. Aber wir waren sowieso alle viel zu müde, um uns zu unterhalten. Mom schlug den Rückweg ein. Auf den Straßen sah es jetzt noch schlimmer aus. Einmal mussten Johnny und ich sogar aussteigen, um einen dicken Ast aus dem Weg zu räumen. Ein paar Leute hielten an und halfen uns, aber ich hatte trotzdem Angst, bis wir wieder im Auto saßten und Mom weiterfahren konnte. Wir waren schon halb zu Hause, als Mrs. Nesbitt plötzlich sagte, Halt bei den Geschäften da vorne an! Warum das denn? fragte Mom, aber sie brug auf den Parkplatz ein. Er war fast leer. Johnny, du gehst in die Zoohandlungen, sagte Mrs. Nesbitt. Ich gehe in den Geschenkeladen und du, Laura, in die Gärtnerei. Gute Idee, sagte Mom. Ich werde ein paar Setzlinge kaufen. Dann haben wir den ganzen Sommer über frisches Gemüse. Da für mich sonst nichts übrig blieb, ging ich in den Antiquitätenladen. Ich wusste zwar nicht, was ich da sollte, aber ich wusste ebenso wenig, was Mrs. Nesbitt in einem Geschenkeladen wollte. Oder gab es etwa schon Grußkarten zum Weltuntergang? Der Antiquitätenladen hatte den Vorteil, dass ich dort die einzige Kundin war. Es gab immer noch keinen Strom, und das Gewitter war für meinen Geschmack immer noch ein bisschen zu nah. Aber dieser Laden war seit Stunden der erste Ort, der mir nicht wie ein Irrenhaus vorkam. Die Frau hinter dem Tresen fragte sogar, kann ich dir helfen? Ich wollte ihr lieber nicht verraten, dass wir gerade dabei waren, uns mit Vorräten für den Weltuntergang einzudecken, damit sie nicht auf falsche Gedanken kamen. Also sagte ich nur, nein, danke, und sah mich weiter um. Ich hatte noch immer 200 Dollar in meinem Umschlag und konnte noch so ziemlich alles kaufen, was wir brauchen könnten. Ich wusste nur nicht was. Dann entdeckte ich drei Petroleum-Lampen. Ich schnappte sie mir und ging nach vorn. Ich schnappte sie mir und ging wieder nach vorn. Wir haben auch Duftöl für die Lampen, wenn du möchtest, sagte die Frau. Ich nehme alles Öl, das sie haben, sagte ich. Es soll aber bald wieder Strom geben, sagte die Frau. Der Laden hatte eine von diesen altmodischen Registrierkassen, sodass sie meine Einkäufe eintippen konnte. Ich gab jetzt zwei Fünfziger raus und bekam sogar noch Wechselgeld raus. Ich war als Erste wieder im Auto. Da stand ich und wurde immer noch nasser, bis Johnny endlich auftauchte. Hörten wird nie mehr Hunger leiden müssen, sagte er. Es war kaum noch Platz für seine Einkäufe, aber wir räumten alles, so gut es ging, nochmal um. Dann kam Mrs. Nesbitt wieder raus, mit unzähligen Tüten beladen. Ich habe jede einzelne Kerze in diesem Laden gekauft, sagte sie. Geschenkeläden haben immer Kerzen. Sie sind ein Genie, Mrs. Nesbitt, sagte ich. Ich habe Petroleum-Lampen gekauft. Wir sind beide Genies, sagte sie. Wir stiegen ins Auto und warteten auf Mom. Als sie schließlich kam, hatte sie ein Dutzend Saatkisten dabei. Ich fragte mich, wo wir die noch hinpacken sollten, aber dann ging es ganz leicht. Mrs. Nesbitt setzte ich auf meinen Schoß und dann konnten wir auf ihren Sitz die ganzen Kisten mit Tomaten, Gurken, Grünbohnen und Erdbeeren stapeln. Je länger wir anbauen, desto länger reicht das Dosengemüse, sagte Mom. So, fällt irgendwem noch irgendetwas ein, das wir vielleicht brauchen könnten, was wir noch nicht gekauft haben? Batterien, sagte ich. Das Transitorradio in dem Antiquitätenladen hatte mich auf die Idee gebracht. Streichhölzer, sagte Mrs. Nesbitt. Die kriegen wir bestimmt in dem kleinen Laden da vorn, sagte Mom. Da scheint eh nicht viel los zu sein. Das stimmte. Auf dem Parkplatz stand nur ein anderes Auto. Mom kaufte sämtliche Batterien, Streichholzschachteln und Seifenstücke, die sie hatten. Außerdem noch einen Kuchen und eine Packung Donuts. Dann können wir es uns heute auch nochmal gut gehen lassen. Wir sitzten Mrs. Nesbitt zu Hause ab und halfen ihr dabei, die Einkäufe ins Haus zu tragen. Wir überlegten nicht lange, wem nun diese oder jene Dosensuppe gehörte oder wie viele von den Kerzen ihr zustanden. Wir teilten die Sachen einfach so auf, dass sie von allem genug hat. Nur das Katzenfutter und die Saatkissen behielten wir für uns. Ich gab ihr noch eine der Petroleumlampen und das dazugehörige Öl. Es dauerte lange, ihre Sachen reinzutragen und noch länger, den Rest aus dem Auto auszuladen, als wir endlich wieder zu Hause waren. Mom holte Plastiktüten, in die wir alles reinstopften und erstmal ins Esszimmer abstellten, bis auf die Donuts. Die aßen wir auf, als wir fertig waren. Den Rest verstaue ich später, sagte Mom. Danke, Kinder. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Und dann fing sie an zu weinen. Das war vor zwei Stunden. Und ich glaube nicht, dass sie inzwischen aufgehört hat. Und dann, bis zum snack Mais reinigernos. Und jetzt bin ich noch ein bisschen warm aus.